Hallo, mein Name ist Fabienne Thommen. Ich bin Augenoptikerin und Visual-Trainerin. Das ist ein Training, um das Sehen zu verbessern. Es ist so, dass wir von Baby anweg unsere ganze Kindheit lernen, richtig zu sehen. Das ist eine Entwicklung, ein Lernprozess und das braucht ganz viele verschiedene Schritte. Wenn wir zum Augenoptik gehen und unsere Sehschärfe messen, ist das nur ein Teil des ganzen Sehens. Beim Visual-Trainer, der durch eine spezifische Testreihe die ganzen Schritte des Seh-Prozesses kann man das ganz genau analysieren und herausfinden, wo man steht. Menschen, die überanstrengt sind am Computer, durch z.B. gerötete Augen, müde Augen, Kopfweh oder verschwommenes Gesehen, können ihre Augen-Fitness wieder so steigern, dass ihre Augen wieder gut sehen, dass sie wieder entspannt am Computer arbeiten können. Menschen, die überanreflecten. Menschen, die bei den lawmakers im Internet sind und ihre Augen, die bei den neuen Maßnahmen, die bei den Programmen, die bei uns in den letzten Jahren Nossa-Neuner haben. In der letzten Jahre ist die Arbeit wirklich sehr schön. weil man jemandem helfen, besser zu sehen, das ist ein Riesengeschenk. Mit den ganzen Sachen, die man sich auch durch die Arbeit bringt, in dem Ich freue mich, wenn ich das auch für Sie machen kann.